das die Säute und was geht ab herzlich willkommen zu Premiere Video auf diesem Kanal ich habe mich schon sehr auf die Züge vielleicht muss man hier um und es war ist ja jetzt Call of Duty Mono Vergabte Worson ist draußen ich freue mich ich habe mich jetzt schon etwas ich bin nicht besonderlich ich bin nicht sonderlich gut nicht wundern wie es hier im Hintergrund aussieht ich fahre morgen zu meiner Freundin und deswegen ja ist ein bisschen unordentlich so Casecam muss übrigens auf die Seite das ist mir letztes Mal aufgefallen als ich meine Videos geguckt habe verdammt verdammt ja nicht wundern wegen den ganzen Rändern oben das kann ich aktuell leider nicht ändern OBS hat irgendwie Probleme dabei das Spiel aufzunehmen warum auch immer deswegen musste ich das in Fenstermodus versetzen damit ich das aufnehmen kann wir suchen jetzt erstmal eine Lobby bevor wir das machen also man hat ähm eigentlich so ein normal aber aber es gibt hier eine Waffenkammer wie ihr bestimmt schon von anderen Leuten kennt und ich kann diese Waffen alles was ich hier auswähle ich sag mal anfordern ähm und dann kommt Lootrop runter und ich habe die Waffen die ich haben will das heißt also wir werden erstmal gucken entweder brauchen wir 6000 Cash Cash ist das wichtigste hier im Spiel meistens ich gehe natürlich eher auf Waffenpower aber trotzdem ähm und ja entweder brauchen wir Cash oder wir warten ein paar Minuten und dann kriegen wir die automatisch ähm wird auf jeden Fall sehr lustig ich weiß auch nicht ob es flüssig läuft es kann sein dass es nicht so flüssig läuft ich guck mal bei OBS OBS sagt auf jeden Fall nicht dass die Kodierung über äh Kodierung überlastet ist verdammte Lern Deutsch so perfekt so ich bin natürlich ähm eher ein Einzelgänger das heißt ich spiele nicht mit dem Team zusammen was aber daran liegt dass ich als Teamspieler sehr schlecht bin was ich so auch bin aber trotzdem so bin ich halt für mich muss aber dafür gegen andere Teams kämpfen das heißt ich bin alleine gegen 3er oder 4er Teams kommt drauf an ich glaube 3er ist hier möglich nur ne das kann lustig werden ich hoffe das läuft so weit plötzlich ich hab dann extra den PC neu gestorben das ist 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 perfekt Battle Royale markiere ein Einstiegspunkt für dein Team du führst sie an Achtung das Gas breitet sich aus zur Sicherheitszone geht das ist unsere Aufbruchzone Müll einmachen wenn man geguckt was denn das Beste ist wo man landen kann wo man landen kann aber da gehen wir erst gleich in den gewissen Punkt ähm alles andere so können wir dann nachher Angriffsfreigabe für alle Ziele ich muss hier werfen Angriffsfreigabe für alle Ziele Angriffsfreigabe für alle Ziele hat sich das Haus schon mal erledigt das ja mein K.O. loy muss ich gar nicht erst versuchen äh wir haben ihn so damit haben wir schon mal eingeführt perfekt Perfekt äh Watter dann nehmen wir jetzt zwei brauchen wir noch mit Tränen Schrot mit ähm na doch wir kommen zack wird die Schrotten mal wegpacken ähm weiß nicht legen wir uns einfach mal mitten in den Raum auf dem Boot weil ich brauch nicht wenn ich dich grad durch ey ich springe extra durch Fenster ne macht das Fenster kaputt und der will geht nicht raus der Typ ok ich hätte auch die Tür benutzen können ich hätte auch einfach die die Tür benutzen können meine Gasgranate nice ok 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 hier wurde schon so wir müssen ungefähr da hinten gehen Richtung das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau hier ist alles durch ich äh war hab ich grad was gehört kann sein dass wir jetzt hier ein bisschen sind Probleme kriegen direkt hier neben mir das ist klar weil ich ja auch so ein Pro Player bin ne ich will doch nicht jetzt schon drauf gehen ok ok das war vielleicht ok das wird Trailer sein hier draus zu gehen kann das sein ja wie gesagt das leckt halt ein bisschen das ist aber ok aber ich hab noch ne zweite Chance und zwar muss ich jetzt hier im Gefängnis zu werden wenn du nur selbst verhältst du die Freizeit 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 komm her komm her komm her ah ja ach komm ich werf dich mit Stein ab du sagst ich hab dich mit Stein getroffen hahaha gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front ok c4 und Betäubung Betäubung und Betäubung verdiene dir deinen Weg hier raus Soldaten naja down jp 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 perfekt einfach kurz die Flagge eingenommen einfach kurz die Flagge eingenommen einfach kurz die Flagge eingenommen wahrscheinlich die schlechteste die ein Mensch wenig haben kann weil ich einfach nur schlecht in dem Game und da haben wir hier hier liegen die Lagen einfach 1,000 Euro und nochmal Geld, 500 und jetzt ist es perfekt perfekt warum auch nicht rot sind für enge Räume lag wo bin ich? ach da ok 90 was? zum Geier war das? ok jep da habe ich nicht gerade irgendwie perfekt nochmal Geld ne ich bin ne Blendenade bitte so wir haben schon 4.900 1100 1100 brauchen wir noch dann können wir die 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 anfordern da war doch noch einer warum leckt es jetzt? was? wegen dem lag ist er weg das das hat sich gerade voll gereimt ja man sieht ja ich bewege mich wie der größte Nug den die Welt je gesehen hat perfekt 3 Panzerblatt easy lecker 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 Vielen Dank. I can see you. Nein, am besten bist du ein paar Sprengen. Du erkennst deine Ausrüstungslieferung. Ja, ich erhalte eine Ausrüstungslieferung. Okay. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlinkt. Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sichern. Okay, dann muss ich auch immer nach oben. Oh mein Gott. Ich hab so einen herzlichen Ablaut bekommen. Ich hab mich so erschrotten. Alter. Steht da plötzlich hinter mir die Sau. Hab ich mich verjacht. Toll. Das ist das einzige, was hier immer sinnvoll war. Hä? Äh. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Es ist ja etwas neu bei mir. Aber was ist hier die Frage? Ach, egal, ich juckt mich auch nicht. Ich hab drauf gekackt. Wie schon gesagt, ich bin nicht sehr gut. Das muss man halt so sagen. Und was auch der OBS. Oh, Kodierung nicht überlastet. Geil. Geil-Matico. Das Spiel ist, wie gesagt, kostenlos für jeden. Also wenn ihr das spielen wollt, laden, sitzt es euch darunter. Insofern ja, 18 Jahre alt. Ich bin selber keiner. Labe von mir. Ja, danke dafür in der Stelle. Ich bin selber. Tschüss. Dramatische He Enc prominent. Ich bin aber auch auf Instagram. Ich bin selber, da habe ich seinen T-оту. Hey, k Technology sieht aus. The Bereit machen zum Einsatz. Zeit zum Aufwärmen. Das Training ist vorbei. Schauen wir, was du gelernt hast. Oh, schade. Schade, dass der Fallschirm sich automatisch läuft. Oh, das Flugzeug noch geerbt. Wo ist ich da oben? Hätte ich jetzt im geerbt, wenn ich da oben habe, ist es irgendwo hinter mir gelandet. Ich bin die Royale. Das Gas meiden, schnell in die Sicherheitszone. Rötig, ich glaube. Bitte. Ah. Wie ist es? Wie ist es? Hey, da muss ich jetzt hier umgejumpt. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Bloß weg hier. Von der ganzen Meute. Wieder hinten und oben. Da oder da oder da oder da ist noch was. Keine Ahnung. Oh, shit. Geht ja aus, das ist gar nicht. Danke, kid. C4. Ja, moin. Ein bisschen halt am Lägen, aber... Ändern kann man das jetzt gerade leider nicht. Weil ich auch nicht schon ein Skater habe. Ja, nee. Klar, äh, genau, hier ist es leider. Einmal höher. Wof? Uig. Oh no. Was ist das? und statt in C4 nehme ich einfach mal einen Moller. Nee, kein Wurf. Mit Wurf kann ich es nicht gut umgehen. So, mein. Danke. Hier ist ein Pum. Mit Hemd-Tex. Molotow-Cocktail bringt, glaube ich, ein bisschen mehr. Weil, wenn ich hier bedrängt bin, kann ich einfach den damit anderen Wegs mehr versperren. So. Ich guck mal, vielleicht kann ich dieses Video sogar schneiden. Aber ich muss halt gucken. Ich nehme das hier gerade an. Donnerstag auch. Es kann sein, dass ich dann erst Montag oder so. Also dann halt nicht wundern. Aber ich bin ja eh nicht gerade pünktlich. Oh, ich bin ja. Die Karte ist tot. Oh scheiße, jetzt hat's gelaggt. Ich werde dann noch locker wegbekommen, wenn es das geläht wird. Ja, danke. Im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front, doch wenn du verlierst, war's das. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat! Ja. 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 Ah, lauf! Lauf, 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 lauf! Was? Ja, wie geht? Der scheint mich nicht weiter zu verfolgen. Wie naiv die meisten Spieler das sind. Was? Dann ist es aufdecken. Was? Was? I. Als. Was? Mö. Wilth. Der...! Der! Wir laufen! Der! Die! Der! Der! Er! Der! Was war das denn? Aber ich habe einen gekillt, wenigstens etwas. Raketenwerber in your face. Ich habe übrigens auch schon 100 Codpoints. So, eine Runde machen wir noch. Und ja. Wie gesagt, ich bin halt nicht gut in dem Spiel. Es kann sein, dass ich vielleicht vorher sogar noch bessere Teile brauche. Man kennt es ja. Schade eigentlich. Nein, Spaß. Schade. Ich habe es nicht mehr. 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 bereit machen zum Einsatz Zeit zum Aufwärmen vorbereitung ist beendet jetzt geht es ins Kriegsgebiet das Geile ist, da kriegt man auch Erfahrungen einfach nur wenn man so eine Vorbereitung für irgendwelche Leute random kippt das ist ja geil die Spawn ja wieder, das ist ja da hochkommt Battle Royale ok Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team das Gas meiden schnell in die Sicherheitszone findet und stellt den Feind gut da wird für wird auch ein Termin habe ich den Termin geworfen? Scheint so ich habe mich anscheinend selber hungert echt, da waren einfach zwei Leute gewinne diesen Kampf und komm zurück an die Front oh, oh die Hatschung, Winter mach deinen Gegner fertig oder nimm das Ziel ein nein verdammt gut Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit diesem Video ich werde das heute so hochladen, wie es ist die nächsten Videos, ich werde gucken, dass ich die vielleicht dann schneide damit ihr dann auch wirklich die Highlights im Video seht und nicht immer so ständig das gesamte Gameplay, was halt für COD ein bisschen wichtiger ist, sag ich mal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder haut rein lasst doch ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen nach oben durch macht ihn einfach kaputt, wenn es sein muss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder haut rein, denkt an Leute, alles was ihr macht, macht es mit es geht tschau